Nach Krebserkrankung, Ex-Bodyguard von Udo Lindenberg zurück auf dem Kiez Hamburg, nach Chemotherapien, täglicher Bestrahlung und 8 Wochen Krankenhaus ist er die Kante, 64, als Teil der Olivia-Jones-Familie zurück auf dem Hamburger Kiez. Der Ex-Bodyguard von Udo Lindenberg, 77, ist zwar noch nicht wieder zu 100% fit, will sich jetzt aber wieder hocharbeiten. Als Eddie Kante Mitte Dezember am Rande eines Charity-Events zum ersten Mal gegenüber SH über seine Nasenrachenkrebserkrankung sprach, wirkte er gefasst, positiv gestimmt, einer seiner größten Wünsche damals, einen so normalen Alltag wie eben möglich weiterzuführen. Und das trotz täglicher Strahlentherapie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, UKE, und wöchentlicher Chemo. Seinen Job als Kult-Kiez-Tourenführer auf der Reeperbahn musste er jedoch pausieren, dem 64-Jährigen fehlte einfach die Kraft. Ende Dezember teilte er via Instagram mit, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen wird. Ich esse zu wenig, ich trinke zu wenig und werde jetzt künstlich ernährt, so Eddie damals. Doch jetzt ist er zurück und wurde am Samstag königlich von seinen Freunden der Olivia-Jones-Familie auf St. Pauli empfangen. Auch seine Comeback-Kult-Kiez-Tour gab er schon, insgesamt wird er aber weniger Touren anbieten als vor seiner Erkrankung. Ich habe ja keine Muskelmasse, keine Fettmasse mehr, nichts. Und wenn ich das gut wegpacke, dann will ich irgendwann in zwei, drei Wochen auch wieder bei den ganz normalen Touren dabei sein. Also ich arbeite mich wieder hoch, sagte er am Rande des Events gegenüber RTL. Nach Zerwürfnis, Ex-Bodyguard Eddie Kante und Udo Lindenberg haben wieder Kontakt. Die treue Unterstützung der Kiez-Familie rund um Olivia Jones, 54, während seiner Erkrankung habe maßgeblich dazu beigetragen, dass er es durch diese schwere Zeit geschafft hat. Ich kenne es im Leben eigentlich nur so, dass alle immer etwas von mir wollen. So bin ich aufgewachsen, sagte Eddie am Samstag.